Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Westerwald und zwar an der westerwaldischen Seenplatte. Ich wollte mich noch mal bedanken für das Feedback für meine Videos und zwar geht es ja um die Bildstabilisierung, da bin ich echt dran am arbeiten, damit es besser wird. Ich habe mir jetzt meinen Gimbal hier mal mitgeholt. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Im Moment habe ich das Weitwinkel drauf und automatische Stabilisierung in der Kamera und habe da drunter das Stativ. Aber ich werde da gleich mal ausprobieren mit. Und zwar hier mit dem Gerät. Aber das ist auch immer viel mitzuschleppen und es ist ja auch noch schwer und es sind Bleugewichte dran und es ist verdammt schwer, das immer mitzuschleppen. Aber ich probiere das gleich mal, ob man da irgendwie richtig geile Kamerafahrten mit hinkriegt, weil so einfach ist das gar nicht. Wenn das lauter wackelt, ich kann das nicht stabilisieren. Wenn ich die Kinobalken mit reinbaue, dann fangen die mit an zu wackeln. Deswegen muss ich die Stabilisierung rauslassen und kann die gar nicht reinmachen. Das ist ja dann blöd für mich, wenn ich Kinobalken haben will. Probier ich hier das mal aus. Das habe ich schon einige Jahre. Hat zwar sein Gewicht. Wir werden probieren. Ich will das jetzt mal wechseln. Wir werden probieren. Wir werden probieren! So Leute, jetzt sah doch schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt das Weitwinkelobjektiv drauf, jetzt suche ich mal das 50mm Objektiv drauf. Natürlich kann ich dann kein Mikrofon oben drauf bauen, das habe ich jetzt extra noch mal drauf gebaut. Aber ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Jetzt suche ich nochmal das 50mm drauf machen, dann machen wir da nochmal eine Kamerafahrt. Ich habe gerade mal probiert mit dem Schwirbelstativ zu arbeiten, aber mir gefällt das Stativ irgendwie besser. Zumal kann ich da punktuell arbeiten. Das heißt, ich kann einen Fixpunkt raussuchen, dann da drauf gehen, die Kamera einstellen. Ich muss das nur noch ein bisschen üben mit dem Schwenk, anstatt immer so verziehen. Das Gimbel könnte man dafür holen für Fahrten durch den Wald oder eine lange Kamerafahrt, wenn man sich bewegt. Also man geht nach vorne oder so. Dafür ist das ja auch da. Aber ich bin irgendwie der Freund von meinem Stativ hier. Mir gefällt das irgendwie besser. So, jetzt gibt noch ganz liebe Grüße und zwar grüße ich ganz herzlich den Merlin Gart. Und natürlich grüße ich auch wieder die anderen, die unter meine Videos schreiben. Ihr kennt die Damen, einfach unten abchecken, schöne, nette Kommentare. Das freut mich immer wieder sehr. Das freut mich immer wieder. So Leute, macht es gut, bis im nächsten Video. Nochmal vielen Dank für den Support, vielen Dank für alles. Im Moment geht es sehr gut mit dem Kanal. Und vielleicht hauert ihr mal jeden Tag ein Video hochzuladen. Das macht mir wirklich Spaß. Wenn jetzt der Sommer losgeht, haben wir auch viel zu sehen. Also nochmal vielen Dank für alles. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt euch einfach unten im Kanal. Ich tue die mal sehr gerne beantworten jetzt für euch. Macht es gut. Bis im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.